Das ist er nicht. Doch, das ist er. Gefällt's mir heute gar nicht, du. Musst du nicht zur Probe? Keiner spielt den Honecker so echt wie du. Dieses Stück hier vor Publikum, nein! Die sperren uns doch ein! Anne? Anne! Wolltest du was von mir? Verdrehen dich. Ich hab einen Westpass. Vati, kann ich mehr. Ich schütze dich vor dir selbst. Nein, was war's? Siehste, ist er doch. Wir gehen zur Demo. Bist du Lebensmittel? Leipzig. Wenn es einen Schießbefehl gibt, dann ist Anne in Lebensgefahr. Und alles nur, weil ich sie schützen wollte. Honecker hat den Schießbefehl gegeben. Also kann er ihn auch wieder zurücknehmen. Wir lassen unseren Honecker in Leipzig anrufen. Hallo, Genossen. Das Graue ist doch das Rote, nicht wahr? Nein, Erich. Das Graue ist das Schwarze. Ansetzt. Erich? Ich denke, du bist auf der Jagd. Ich brauch ihn, um die DDR ins nächste Jahrtausend zu führen. Wer sind Sie? Ich bin du. Ich muss ständig die Staatsüberhäupter unserer befreundeten Bruderländer küssen. Obwohl ich eigentlich nur eine küssen will. Du glaubst wirklich, dass es hier jemals besser wird? Willst du wirklich so leben? Angst, immer nur Angst. Vorwärts, immer! Röpfwärts! Nimmer! Das bin ja ich. Nein. Da du ja nicht ich bist, sondern ich das bin, kannst du ja nicht auch noch das sein. Wer bin ich denn dann? Ja, das ist eine gute Frage.